Willkommen rein nach Büchel. Heute ist der 9. September 2012. Reihenhäuser. Hier gibt es sie in Büchel. Rechtsseitig. Michelsen. Garten und Landschaftsbau noch. Rechtsseitig. Tennisplätze. Da gibt es auch noch einen Sportplatz in Büchern. Da ist er noch. Restaurant aus Griechenland. Ein Migrant. Hier auf jemandem aus dem Süden wahrscheinlich. Kopftuch. Prima. Die Vielfalt ist auch hier angekommen. Das freut uns. Das zu verkaufen. Eine Hälfte. Doppelhaushälfte. Hier ist Büchern. Mal hier oben. Heute geht es nach Niedersachsen. Da mal gucken. Was hier los ist. Nehmen wir gleich so mit. Alles gefährliche Rocker. Mit geschwollener Prostata. Alle über 40. Schauen hier. Motorradfahrer. Alle älter. Junge gibt es gar nicht mehr. Die können das gleiche Gewicht gar nicht mehr halten. Doch. Hier noch. Bei jungen Mädels. Können doch das gleiche Gewicht noch halten. Dann sieht es wieder. Geht noch. Also jetzt hier längs. Mal gucken. Mal ein bisschen Sound machen hier. Nichts oben. Ja. So ein bisschen rum, ne. Heute stand in den Lübecker Nachrichten. Da in der Partymeile. Oder auf der Partymeile. Nein, wie heißt das? Auf Discomeile. Ja genau. Da kracht das immer. Da gibt es Ärger. Da wollen sie jetzt mehr Videoüberwachung einführen. Das Problem ist bloß. Die Videoüberwachung wird dann abgezogen aus Bünden. Und da das so ist, machen wir hier Kontrolle. Wir machen das. Dann könnt ihr sich das schön angucken. Wir sind hier in Büros. Braucht gar nicht mehr auf Streife gehen. Kann sich hier alles genau angucken. In HD-Version hier. Mal hier ist der Bahnhof. Lungert hier jemand rum? Nein, es ist nicht so. Alles prima. Ist auch noch ein bisschen früh morgens. Vormittags am Sonntag haben wir Sonntag den 9. September. Autodienst ist hier. Sprich ist teuer. Da haben wir ein bisschen runtergehalten. Wollen da nicht die Kollegen zeigen. Das ist hier Büchen rechtzeitig versteckt. Meilenhäuser. Ja. Brüder Weg heißt das. Da spielt sich das alles ab. Das war's denn auch. Und tschüss.